Wenn wir uns freuen, wie kommen Sie dann, dass wir uns gewünscht haben. Das wird aber langsam, wenn Sie das einfach stecken, auf der Form oder der Suche stehen, dann können Sie sagen, hey, geht's los. Und es scheint, dass wir uns nicht alle wissen können. Wir haben jeden Tag quasi im Radius runtergefangen. Ja, das ist eine Ausdruck. Nee. Wenn ich buche, dann noch mal ein bisschen. Wenn ich buche, dann noch mal ein bisschen. Also, wir haben jetzt die Leiche gestoppt. Ja, keine Schritte. Aber nein. Wenn Sie da nicht sitzen? Oder wenn Sie das mit Sohn machen? Ja. Die K afarchen wir haben dann auch immer viel zerreden. Vor einem Teil der sind. Ja? Ja. Ich hab gerade gesagt, das ist ein Fassort nach dem Platz. Das ist eine Fassort nach oben. Und dann wollen wir auf den Wissen auf den Kappel in der Kante hochsteigen. Das sind ein Fassort nach oben. Okay. Vielen Dank.